Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Medion P53292 Full HD Curved Monitor. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Bildschirm für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Monitor werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, der richtige Monitor ist für das Computersetup sehr wichtig. Egal ob es ums Computerspielen, ums Arbeiten, ums Filme schauen geht, ums Lernen, was auch immer. Man braucht einfach den richtigen Überblick ganz klar bei der Arbeit am PC. Und diese Curved-Monitore erfreuen sich seit einigen Jahren besonderer Beliebtheit. Es kommt so ein bisschen darauf an, was du machst, inwiefern das Curved-Design jetzt besondere Vorteile bietet. Ich finde beim Filmeschauen oder beim Gaming besonders. Aber wenn du jetzt nur am Computer Dokumente ausfüllst, dann ist das Curved-Design wahrscheinlich nicht so relevant. Aber insbesondere bei Gaming, Filmen und so weiter kann das durchaus sehr, sehr cool sein. Preislich finde ich interessant, was hier aus dem Hause Medion geboten wird. Würde ich für einen Curved-Monitor mit dieser Ausstattung insgesamt betrachtet als ein faires Angebot bezeichnen. Ob es für dich der passende Bildschirm ist, kann zu allein am besten beurteilen. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Curved-Widescreen-Monitor mit Full-HD-Auflösung und einer Bildschirmdiagonale von 80 cm in Klammern 31,5 Zoll, höhenverstellbarem Standfuß, integrierten Lautsprechern, Displayport und HDMI-Anschluss. Full-HD-Auflösung 1920x1080 Bildpunkte bedeutet optimale Bildschärfe beim Arbeiten, Spielen und Filme sehen. Gute Verbindungen verbinden Sie Ihren PC, Blu-ray-Player, Spielkonsole oder einen Streaming-Stick mit dem Monitor über den vielseitigen HDMI-Anschluss. Für eine optimale Bildqualität verbinden Sie den PC über den Displayport-Anschluss mit Ihrem Monitor. Dieser Anschluss garantiert höchste Darstellungsqualität und Leistung. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Ein Kochmonitor, der sich preislich nicht zu verstecken braucht, würde ich insgesamt betrachtet als ein faires Angebot bezeichnen. Ob es für dich der passende Bildschirm ist, kannst du alleine am besten beurteilen. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Ciao.